So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Eine kleine Infofolge wieder mal. Ich habe es gestern ja schon angekündigt. Ich war jetzt eine Woche in München, jetzt war ich gestern zurück, habe da erstmal das mit Hopspross nachgeholt, dass das das nächste Community Day Pokémon sein wird. Und es gab natürlich auch schon die Ankündigungen für den Februar, der Pokémon-Event-Kalender für Februar. Alle News, alle Feldforschungsdurchbrüche, es gibt ja immer nur einen, alle Rampenlichtstunden, alle Raidstunden, die dementsprechenden Events und Raid-Bosse. Das wollen wir uns jetzt auch nochmal angucken. Da möchte ich auch meinen Senf dazugeben, wer das immer noch nicht mitbekommen hat, obwohl es jetzt eigentlich mittlerweile jeder kennen müsste. So, angefangen steht hier zum Beispiel nochmal was zur Yodotour. Dies solltet ihr euch sowieso eingetragen haben. Am Samstag, dem 26. November, ist die Yodotour. Es gibt immer noch Leute, die fragen, wann ist die, wann ist die? Schreibt es euch einfach ins Handy. Da gibt es einen Kalender, da drückt ihr auf den 26. Februar, macht ein Plus, dann könnt ihr da was reinschreiben, schreibt da Yodotour, 9 bis 21 Uhr. Und dann wisst ihr immer, wann die ist und könnt selber nachgucken. Ich mache das mit allen Sachen. Ich schreibe mir auch die Ratebox-Wechsel da rein. Ich schreibe mir die Spotlight-Stunden da rein. Ich schreibe mir alles da rein. Dann steht an einem Tag halt fünf verschiedene Sachen, aber ihr habt alles auf einen Blick. Sobald dieser Event-Kalender, wie jetzt hier das erscheint, könnt ihr das mitschreiben oder euch selbst angucken und übertragt das, damit ihr alles auf einen Blick habt. So, wir wissen ja schon, die Yodotour hier, 26., dass man dann wählen kann zwischen der goldenen und silbernen Edition. Die meisten haben immer jetzt gesagt, Silber, 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 Silber. Frage nochmal, wer nimmt Silber, wer nimmt Gold? Ich werde immer noch bei Silber bleiben. Wahrscheinlich einzig und allein nur wegen Funpeel oder Funfiel, wie auch immer man es sagt. Dieser kleine, blaue, süße Elefant. Das ist das Pokémon, was mich dazu getrieben hat, auf die silberne Edition zu gehen. So, da gibt es Celebi nochmal am Ende mit einer Spezialforschung hin und her. Da müsst ihr wieder tauschen. Deswegen schaut, dass ihr vielleicht in euren Freundeskreis Leute habt, die die gegnerische Edition haben. Und diese Februar-Forschung ist auch dann mit drin. Das ist aber nicht der C-Day. Das war ja auch total unklar von der Yantec. Wieder mal, weil sie sonst die zwei C-Days rein haben, die Spezialforschungen. Jetzt sind das die anderen, wo es im Dezember eine gab. Aber das ist ein alter Schuh. Die Yodotour, dazu gab es ja eh ein extra Video. Dazu sollte man an sich alles wissen. Community Day, Februar. Haben wir gestern abgeklärt. Hopsprost, kurz nochmal zusammengefasst. Finde ich feine Sache, weil es ist ein neues Shiny, beziehungsweise gleich drei neue Shinies. Es gibt dreifach Staub als Bonus. Finde ich auch richtig genial. Und ihr könnt sogar drei kostenlose Raid-Passe bekommen an dem Tag an den Arenen. Also, die nimmt man auch gerne mit. Dann der Feldforschungsdurchbruch. Was ich jetzt interessant finde, dass sie das jetzt so einführen. Psyau. Psyau wird im Feldforschungsdurchbruch sein im Februar. Und das ist ein Pokémon. Das konntet ihr bisher theoretisch nur über 1-Sterne-Rades erhalten. Oder, glaube ich, über Eier. Jetzt muss man nicht raiden. Muss man nicht brünen. Kriegt das aus dem Feldforschungsdurchbruch. Und wird direkt als Shiny auch eingeführt. Achtet aber darauf, dass ihr nicht am 1. Februar 10 Uhr frühs hier euren Feldforschungsdurchbruch abholt. Sondern das zählt erst ab 22 Uhr abends. Also macht das halt kurz bevor der 1. Februar um ist. Es kann ein Shiny sein. Das heißt, ihr habt viermal die Möglichkeit, auf das Psyau zu treffen. Circa. Vielleicht geht auch fünf. Also wer da ein Shiny bekommt, man braucht ja eigentlich zwei, oder? Man braucht sogar drei. Man braucht wahrscheinlich sogar zehn. Also wird erst mal wieder ein sehr seltenes Shiny sein oder bleiben. Aber vielleicht gibt es im Februar irgendwelche besonderen Events, wo das sowieso einfach als Massenspawn dann auftritt. Und schon hat es sich auch wieder von alleine entwertet. Bis dahin finde ich es auf jeden Fall sehr interessant, Psyau jetzt so als Shiny einzuführen. Fünfer-Raid-Bosse. Wir haben ja jetzt das Ding, jetzt ist ja Regi-Eis drin. Als ich in München war, Montag war Raid-Boss-Wechsel. Ich will gucken, dass wir am Wochenende vielleicht Regi-Eis-Raids für Zuschauer machen können. Die, die jetzt da noch ein Gutes haben wollen, ist jetzt nicht das krasseste Pokémon. Oder die, die sagen, sie brauchen noch das Shiny und wollen da ein paar Raids machen. Der ist auch nicht so leicht zu besiegen. Also der hält schon etliches aus. Nicht hier wie Genes-Sekt und Heatran, wo da immer zwei Leute den locker weggemacht haben. Also da könnt ihr schon selbst mit fünf Leuten klanglos untergehen, wenn ihr nicht die besten Konder habt. Aber wenn jetzt Regi-Eis da ist, war theoretisch schon abzuschätzen, abzusehen, dass auch Regi-Rock und Regi-Steel reinkommen. Steht auch alles hier mit dabei. In diesem Text steht aber noch was anderes Interessantes. Und zwar hier oben, weil auch die Deoxys-Formen zurückkommen. Eine Deoxys-Form gab es bisher als Shiny. Alle anderen drei noch nicht. Jetzt kommen alle vier zurück. Und alle davon können Shiny sein. Das ist ein richtiger Shiny-Marathon. Schon aufgrund dessen auch, weil die immer nur drei, vier Tage da sind und dann direkt wieder gewechselt wird, nicht jedes Deoxys eine Raid-Stunde bekommt. Nicht jedes Deoxys-Raids für Zuschauer bekommt. Ihr müsst also wirklich hinterher sein, wenn ihr alle Deoxys-Formen als Shiny haben wollt. Da man Deoxys auch nicht tauschen kann, da Deoxys eben ein mysteriöses Pokémon ist. Die Farbe von Deoxys als Shiny sieht richtig genial aus, dieses stechende Gelb. Aber um euch das ein bisschen zu erleichtern, gibt es vom Mittwoch, 16. Februar, bis Dienstag, dem 1. März, also genau diese Zeit, wo die Deoxys-Formen da sind, gibt es jeden Tag zwei kostenlose Pässe. Jeden Tag zwei Gratis-Raids. Keine Fan-Raid-Pässe. Die Box gibt es auch wieder für einen Coin einmal in der Woche am Montag. Könnt ihr euch auch holen. Aber die, die wirklich mal rausgehen, sich an die Arena stellen, vor Ort einen Raid machen, die werden zwei kostenlose Pässe jeden Tag jetzt bekommen, vom 16. bis zum 1. März, eben genauso lang, wie die Deoxys-Formen da sind. Vorher geht es aber los, erst mal am 1. Februar nämlich, da wo auch dann ein neue Feldforschungsdurchbruch kommt, kommt Regirock auch zurück. Habe ich mittlerweile jetzt einen Hunderter durch einen Glückstausch bekommen, würde ich vielleicht bei Regirock sogar ein paar mehr Raids machen, sodass ich das auf Level 50 ziehen kann, weil das 100%ige schon da ist. ist auch nicht so lange da, vom 1. Februar bis zum 9. Februar, also von Dienstag bis Mittwoch. Das heißt, es kriegt eine Raid-Stunde. Und es ist einmal am Wochenende für Raids für Zuschauer verfügbar. Beziehungsweise zweimal verfügbar für Raids für Zuschauer, theoretisch. Dann am Mittwoch, der 9. Februar, ist schon wieder der Wechsel auf Registil. Da ist frühest der Raid-Boss-Wechsel auf Registil. Direkt abends die Raid-Stunde mit Registil. Und das geht bis Mittwoch, dem 16. Februar. Es wäre also auch zweimal am Wochenende da für Raids für Zuschauer. Aber da am 12. ja der C-Day ist, wäre es nur möglich, am Samstag C-Day zu machen und am Sondag Raids für Zuschauer. Registil wird von uns oder von meiner Seite aus nicht so viel Zeit bekommen wie Regirock. Ist von den dreien aber irgendwie das Interessanteste, gerade für GWL-Spieler. Aber ansonsten finde ich es vom Design her am hässlichsten. Passt auch nicht zum Rest, meine Meinung. Dann ist Mittwoch, am 16. ja schon wieder der Wechsel auf die Oxys. Und jetzt wird es halt kompliziert. Die anderen können die ja wenigstens tauschen mit Freunden. Die Oxys eben nicht. Die Oxys kommt Mittwoch, 16. Februar. Bleibt wirklich nur bis Samstag, bis zum 19. 10. Das sind theoretisch ja trotzdem 4 Tage, aber irgendwie auch nicht ganz. Ihr habt also die Oxys Mittwoch direkt mit seiner Raid-Stunde. Samstag ist es gar nicht möglich, Raids für Zuschauer zu machen, wenn ihr um 10 Uhr schon wieder weg geht. Außer man macht von 9 bis 10 eine Stunde Raids für Zuschauer. Oder versucht in der Zeitzone zurückzureisen, wo es noch da ist. Und könnte vielleicht diese Normalform mal anbieten. Oder man nutzt den Donnerstag, wo es immer Mega-Raids geben sollte. Und macht da mal die Oxys-Raids für Zuschauer. Die Oxys ist jetzt nicht der krasseste. Da könnte man auch wieder, wenn man 5 Leute einlädt und die zu 5 den machen lässt, vielleicht Erfolge erzielen. Wird es also als Shiny geben? Die Normalform? Ich glaube, die Normalform ist sowieso das, was es bisher als Shiny gab. Und wie gesagt, mit dem Dioxys eben auch 2 Grades-Raid-Pässe pro Tag. Also vielleicht Donnerstag Raids für Zuschauer, Samstag zurückreisen. Eins von beiden. Wenn ihr den Kanal verfolgt, werdet ihr das sicherlich mitkriegen. Wir werden euch da nicht ganz euch alleine überlassen. Wir werden da auch ein bisschen was machen. Ich möchte ja auch das Shiny haben. Also ich werde vielleicht auch bei Raids für Zuschauer mitmachen. Egal, ob das jetzt in der Woche oder am Wochenende ist. Samstag bis Dienstag ist der Wechsel auf die Angriffsform. Das heißt, Sonder könnte man ganz gegen Raids für Zuschauer machen. Da es Dienstag schon wieder wechselt, wird es aber keine Raidstunde bekommen. In der Raidstunde ist nämlich dann schon wieder das nächste, nämlich die Verteidigungsform. Also Angriffsform, das müsste die leichteste sein. Die hat zwar viel Angriff, aber keine Verteidigung. Vom Samstag, dem 19. bis Dienstag, dem 22. Dann am Dienstag, der 22. bis Freitag, der 25. Kommen die Ochses in der Verteidigungsform. Das sieht meiner Meinung nach am coolsten aus mit diesem breiten Stirnnacken. Kriegt direkt auch wieder eine Raidstunde am Mittwoch. Und es wäre theoretisch wieder möglich, am Donnerstag Raids für Zuschauer zu machen. Vielleicht mit diesem, bevor es dann Freitag wieder geht. Freitag, 25. Die Ochses in der Initiativeform. Da wird es wieder kompliziert. Es kommt zwar Freitag. Da ist eigentlich streamfreier Tag. Man hätte gefühlt Samstag und Sonntag. Aber am Samstag ist ja dann die Joto-Tour. An diesem 26. Jetzt muss ich wirklich nochmal hochgucken. Genau. Am 26. die Joto-Tour. Da, obwohl es das eigentlich in die Raids gibt, gibt es es nicht in den Raids. Weil für die Joto-Tour eben an diesem Samstag andere Raid-Bosse auftreten. Und erst nach dem Samstag, nach der Joto-Tour, nach diesem Zeitraum, dann wieder die Initiativform drin ist. Aber dafür bis Dienstag, 1. März. Kriegt also keine Raidstunde am Mittwoch. Könnte Sonntag aber vielleicht Raids für Zuschauer mitnehmen. Und Samstag, das jetzt wirklich für die Leute, die sagen, es fehlt ihnen irgendwas noch hier als Shiny. Seid ihr aber wahrscheinlich komplett auf euch allein gestellt, allein überlassen. Denn da Raids für Zuschauer zu machen, geht einfach nicht. Du kannst nicht hier 5 Pokémon gleichzeitig anbieten, wenn jeder was anderes will. Eins davon raussuchen ist auch Quatsch. Da wird wahrscheinlich jeder für sich spielen. Thomas wird da sicherlich unterwegs sein, wird alles mitnehmen. Ich werde da für mich ausgiebig zocken. Ich habe ein 100er Raikou, da brauche ich noch XL. Ich habe ein 100er Entei, da brauche ich XL. Ich habe ein 100er Lugia, damit bin ich durch. Suikun und Ho-Oh fehlen noch als 100er. Shinies sind von allen da. Für euch können die alle Shiny sein. Wer da noch ein Shiny braucht, das wird auf jeden Fall ein sehr turbulenter Tag. Schreibt es mal rein, was euch noch fehlt. Die Dioxys-Formen fehlen eigentlich allen, außer die, die das eine mitgenommen haben. Die ersten zwei, die Klötze sind nicht so interessant, aber Raikou, Entei, Suikun, Lugia, Ho-Oh am Samstag beim Joto. Das wird wahrscheinlich viele Leute freuen. Aber eben nur Samstag und auch nur im Zeitraum von 9 Uhr bis 21.30 Uhr. So lange, wie eben diese Joto-Tour läuft. Dann Mega-Raids sind eigentlich, ich glaube Mega-Raids sind wieder komplett interessant. 1. Februar bis 15. Februar, also auch zwei Wochen ist der Mega-Hundemon da. Und dann vom 15. bis 1. März nochmal Mega-Ampharos. Wir haben von beiden damals schon Mega-Raids gemacht. Die Mega-Energie, ja, vielleicht fehlt einigen noch Mega-Energie, aber vorrangig sollten jetzt die Dioxys-Formen stehen in diesem Shiny-Marathon. Weil die eben nur so kurz da sind und eben man nicht tauschen kann. Das seht ihr ja, das wird immer wieder recycelt, das kommt immer wieder, diese Mega-Raids. Hier seht ihr nochmal in der Übersicht auch die Raid-Stunden. Also wie gesagt, Regirock, Regi-Steel kriegen normal ihre Raid-Stunden von den vier. Die Dioxys-Formen kriegen aber nur zwei eine Raid-Stunde, weil die anderen eben von Donnerstag bis Dienstag zum Beispiel da sind. Und da ist eben kein Mittwoch drin. Also 2. Februar, Regirock, 9. Februar, Regi-Steel, 16. Februar. Dioxys in der Normalform, 23. Dioxys in der Verteidigungsform, was ich immer am coolsten finde. Ich auch für die Superliga immer nehme. Eure wöchentliche Bundle-Box für eine Poke-Münze ist auch wieder am Start. Müsstet ihr ja kennen, guckt öfters mal in den Shop, was da drin ist. Da ist ja auch jeden Tag eine tägliche kostenlose Box drin. Und die Rampenlicht-Stunden, zweimal nicht-Shiny, zweimal-Shiny. Ich glaube von den Pokémon so, finde ich jetzt eigentlich gar nichts interessant. Rampenlicht-Stunden jeden Dienstag, also von 18 bis 19 Uhr. Mein Gott, so viel Infos auf einmal. Angefangen haben wir erst mit Leufeo, was wohl ziemlich nutzlos ist und doppelt Entwicklungs-EP, nicht-Shiny. Am 8. Parf hier mit Doppel-Fang-Stern-Staub, meine Meinung nach auch nutzlos und nicht-Shiny. Also der Doppel-Staub, der Doppel-Staub ist vielleicht okay, aber ne. 15. Februar, Smogon, doppelte Fang-EP, okay, wer das Shiny noch braucht. Ansonsten auch nicht so krasses Pokémon. 22. Februar, Voldobal, doppelte Fang-Bomb-Boms, auch als Shiny, aber auch nicht so das krasseste Pokémon. Man könnte jetzt denken, vielleicht wird bis dahin der Hisu, Hisu, keine Ahnung, wie auch immer der heißt, Voldobal eingeführt. Und das ist dann in der Rampenlicht-Stunde. Das wäre richtig genial. Der von dem Arceus-Spiel in der Hisu-Region, dieser alte, dreckige von Anfangs, das, das wäre genial. Das, aber da würde ja nicht hier Shiny stehen. Ich denke mal, es ist der Normale. Und das war's dann. Also Rampenlicht-Stunden finde ich leider alle nicht so prall. Und Bonus, Sternenstaub ist halt immer nett, aber nicht so eine schöne Kombination. Bevorstehende Events kann man sich auch schon eintragen, aber da wird es zu den diversen Events natürlich wieder Einzelvideos geben, wenn genaueres dabei ist. Hier Mondneujahr steht dabei, auch geht am 1. Februar los. Wird sicherlich auch wieder neue Shinies alles geben. Valentinstag, 10. Februar bis 14. Hier steht unter anderem gibt die Entwicklungsreihe eines Fee-Pokémon ihr Debüt in Pokémon Go. Also da wird es ein neues Pokémon auf jeden Fall geben. Das steht schon mal da. Und dann gibt es ein Vorbereitungsevent für die Go-Tour Joto vom Freitag, dem 18. bis Freitag, den 25. Also eine Woche, bevor am Samstag, dem 26. der Joto-Tag ist, gibt es die Joto-Vorbereitungswoche, wo sich alles rund um Poge-Bälle dreht. Hm, diesen komischen Is-You-Irgendwas-Poboldo-Ball. Führ den mal eigen, mach den mal da rein. Ansonsten war's das. Also Rampenlicht-Stunden für mich nicht so interessant. Neue Events sind immer sehr cool. Ich hab Bock auf jeden Fall. Nicht auf die Mega-Raids, aber ich hab Bock auf ein paar XL für Raikou Ente zu sammeln. Vielleicht auf 100er Ho-Oh-Jagd zu gehen, wenn das mal da ist, dass der auch abgehakt ist. Und ansonsten die Dioxys-Sachen in Shiny zu jagen. 100er Regiroga 50 zu ziehen. Ich hab ein paar Ziele mir jetzt gesetzt. Mal gucken, wer das Psyau in Shiny bekommt. Ziemlich harter Tobak, ziemlich viel auf einmal. Schreibt mal rein, auf was ihr euch am meisten freut. Was eure Favoriten sind, was ihr noch braucht, was ihr schon habt, was eure Ziele sind. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut euer Ramses.